hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play romantool war 2 mit sparta ja es wurde mal zeit dass das ich sparta spiel die ersten runden hier die ersten folgen werden ein bisschen auf die anfänger oder an die anfänger gehen ein paar tipps werde ich hier erzählen nur nur damit ihr wisst warum das nicht so schnell jetzt geht jetzt haben wir immer noch kein geld wir haben nämlich letzte runde hier larissa eingenommen und ja komischerweise da sind die beiden armeen das hätte ich ihnen auch geraten dass er jetzt nach apollonia zurückkehrt weil sonst hätte ich mir das geholt deren angebot die wollen uns 320 gold schenken gerne sehr gerne finde ich cool so ins viertel das habe ich nämlich von gemeint oder letzte runde gemeint aber cool das ist jetzt schon passiert ist normalerweise genau dadurch haben wir jetzt nahrungsmittel knappheit minus 2 das heißt unsere armeen haben verschleißt und genau also verschleißt das heißt sie sterben oder sie zu sortieren und dementsprechend brauche ich jetzt hier das elenviertel nicht mehr sage ich mache und das kostet 500 gold deshalb ziemlich kacke warum kann das so schnell normalerweise braucht es gute zwei runden dass es da ist aber ihr habt gesehen letzte runde bevor wir angegriffen haben also eine runde bevor wir angegriffen haben kam hier ein neues feld dran das heißt er hat das feld eröffnet das passiert wenn ihr befehlungsüberschuss hat dann könnt ihr hier die stadt vergrößern und dann bekommt ihr einen neuen bauplatz und das heißt er hat den bauplatz nicht benutzt und er war letzte runde schon leer und jetzt diese runde und jetzt ist quasi dann das elenviertel draus entstanden kann ich hier hier kann ich nur die basics machen das ist er bei sparta am anfang ein bisschen schwieriger zu händeln weil sie händen sie so wenig geld haben also von wegen es ist schwerer also es gibt so ein paar taktiken die die mache ich persönlich nie wenn ich ehrlich bin und zwar gibt es die taktik hier in larissa hinzugehen das zu erobern nicht zu erobern entschuldigung sondern zu plündern dann geht man raus und wartet er bis da sich sklaven erheben das ist nämlich so wenn hier die öffentliche ordnung auf minus 100 sinkt dann entsteht eine sklavenarmee und man kann ich hier auch noch plündern und das heißt die armee kostet fast nichts mehr und die das gebiet in der sie steht also man könnte auch hier stehen und plündern und dann wird es ihr in der stadt hier richtig beschissen gehen genau wenn man das macht dann bekommt man hier mehr geld weil die armee kostet fast nichts und meine beschleunigt dass das die sklaven kommen warum macht man das weil dadurch kann man die sklavenarmee vernichten und da macht man dasselbe wieder dann kommt eine kleine sklavenarmee man vernichtet sie wieder und so levelt man quasi hier auf und sammelt erfahrung und dann hat man eine armee innerhalb von paar runden die viel besser ist als die anderen und ja ich muss dazu geben das mache ich nie so weil ich finde das ich finde das gemein also ja also nicht gemein sondern es ist halt ja ich bin da so wie jemand der 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 will den leuten nicht so viel leid zu führen also ja klingt blöd aber ist so hier ist jetzt ein agent von ihnen gekommen was mir nicht ganz so gefällt ich mach mal hier jetzt Entschuldigung also ich haben wir jetzt einen frischen bauplatz und wir haben das ehrensviertel vernichtet oder wieder gesäubert und jetzt können wir hier zwischen 5 bautypen gebäudetypen auswählen und zwar wirtschaft das heißt da bekommen wir an nahrung dann tagebau und da bekommt man wohlstand wohlstand ist gleich geld dann musterungsfeld da kommen dann bessere einheiten raus geweihter boden da kann man eine boni durch tempel bekommen und versammlungsort da kann man auch boni durch also öffentliche ordnung und so weiter und forschungsrate blabla bekommen aber dadurch dass wir nur drei nahrung haben würde ich hier jetzt auf warte wir gehen hier auf musterungsfeld und hier reißen wir das musterungsfeld ab weil ja ich hier brauchen wir es nicht sondern wir brauchen es hier und wenn man hier ein musterungsfeld baut seht ihr links wird die garnison erhöht 2 pikiniere ist halt in der stadt so viel wert wie keine ahnung 5 6 7 schwertkämpfer wenn nicht mehr und ermöglicht rekrutierung von pikiniere sperre und sperrträger genau und jetzt werde ich hier mal kurz hallo sagen agentensturz ich werde nicht hallo sagen weil ich kein geld habe warte ich gehe mal nach da mach das da genau vor den agenten muss man sich in acht nehmen weil wenn sie gut sind können sie den den general von euch töten oder die die einheiten zum zum weglaufen zum desertieren bringen und so weiter also es ist halt genau hier wurde zum glück nur ausgekundschaftet das ist egal weil der feind kennt es sowieso mein agent wurde erhöht das level ab hier sieht man jetzt auch also die farben sind genau gleich wie bei bei den general das heißt gelb lila und rot gelb ist jetzt ja wie kann man es wie kann man es beschreiben also es ist eher auf also jede entschuldigung jede sparte hat so ihr ihren kern sage ich mal oder zwei möglichkeiten also hier also jede hat die möglichkeit in die armee zu gehen zum beispiel hier geschossreichweite und geschosschaden für die begleitarmee dann hier ist bewegungsreichweite und verstärkungsreichweite in der armee und hier ist es wo ist es da warte ja hier durch plündern genau so es ist auch die möglichkeit also es gibt eigentlich drei verschiedene arten von von skillung ach nee aber von von benutzung von spion also die ja die erste ist scouten also so low level leute mit so ein stehlen oder so werden meistens zum scouten benutzt dann gibt es die andere version das sind halt nur die version die ja am am beliebtesten sind quasi dann gibt es die version mit dem stehlen das heißt man kann gold oder brot stehen oder nahrung stehlen das ist hier nicht ich schaue nur gerade genau und wenn man das die ganze zeit macht dann hat der feind eben nicht so viel gold und nicht so viel essen und wenn er nicht so viel essen hat dann wird seine garnison verringert und so ist es einfacher anzugreifen dann gibt es noch die version zum attentäter das ist hier ähm das ist meine lieblings ähm ähm also ich ich mache eigentlich meine spione immer auf tödlich weil im späteren level oder in späteren äh in der späteren kampagne sind gegnerische spione so nervig weil die einfach auch also es es ist für die total egal ob sie eine level 1 einheit äh zum fliehen bringen oder eine gold 3 einheit und das finde ich halt schon nervig aber was ich äh am nervigsten finde ist äh das dass man ähm easy peasy äh den general töten kann und das ist halt also bei der römischen kampagne relativ am anfang ähm ähm äh bei der äh beim dlc von rise of the republic ähm hat der feindliche äh spion ähm meine komplette familie innerhalb von einer runde vernichtet also das waren glaube ich drei oder vier familienmitglieder und ich hatte dann keine familie mehr das ist halt dann ähm extrem 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 nervig genau hier kann man im attentat oder agentensturz und viele leitungen machen aber ich habe ja kein doch ich hatte ich hatte sogar jetzt geld äh hier machen wir jetzt was machen wir hier ähm ich würde sagen wir gehen auf wohlstand damit wir Geld bekommen so hier nochmal zwei fernkämpfer und äh dann nächste runde warte wenn ich rausgehe wieviel ja minus drei dann warte ich noch eine runde und dann geht's weiter genau jetzt jemand zum beispiel ähm auch äh wer gerade dran ist und ähm wenn es in der reichweite ist äh sieht man wohin der dann schippert und so oder wo er hin marschiert so der geht mal dahin ist sei jetzt die offen die öffentliche ordnung ist zwar jetzt ähm im popes aber genau jetzt ist eine was bisschen blödes passiert ähm der hatte eine bessere agentin und deswegen ist meine jetzt verwundet das ist meistens äh schlechter als wenn sie stirbt weil wenn sie verwundet wird äh kann ich keine neue agentin äh machen weil meine ist ja verwundet also das heißt sie kommt äh in einigen runden wieder und das ist halt dann äh ein bisschen ärgerlich so ich mach mir mal nochmal zwei pekiniere äh nächste runde ähm gehe ich eben hier hin und der kommt rüber und dann äh macht er die voll also dann habe ich 20 von 20 ne 19 von 20 das ist in ordnung das ist total in ordnung naja plapper äh da ist jetzt interessant auf welche seite athen geht also es kann auch sein dass athen sich auf seiten von peller stellt beziehungsweise marktonien aber das ist eher unwahrscheinlich das passiert eher selten forschung abgeschlossen solche ja das ist natürlich gut das heißt äh jetzt nochmal genau jetzt habe ich ja den halt angesteckt ein bisschen blöd gewesen jetzt aber ja das ehrlich gesagt ich wusste ich auch nicht dass es geht so jetzt zum beispiel können wir auf die hopplitenkaserne gehen aber ich gehe jetzt lieber auf Viehstall damit wir ähm bisschen mehr ähm bisschen mehr bisschen mehr nahrung bekommen so hier ist bau abgeschlossen das ist auch fertig dann kann ich nochmal äh warte wir haben jetzt 1 2 3 4 5 pikiniere das ist ein bisschen viel ehrlich gesagt und zwei spartanische hoppliten und die hopplinen sind halt für ja ist nicht wirklich gut aber es ist eine einheit also wird sie gekauft gut was mache ich gerade ähm er will ein schutzbündnis schutzbündnis heißt dass erstens ist es ein ziemlich starkes bündnis äh also es kommt ziemlich blöd wenn er wenn man das schutzbündnis bricht und äh hier das äh die verlässlichkeit geht dann runter das heißt die anderen verbindeten sind da auch nicht mehr so gut auf einen zu sprechen ähm der hat er hat ja ex also mit eigentlich allen hat er äh krieg ähm genau deswegen ähm schutzbündnis sollte man immer vorsichtig sein weil die erwarten dann auch dass man den dann verteidigt ich habe gerade überlegt äh schutzbündnis ist gut weil der dem muss ich nicht helfen wenn er so weit entfernt ist das ist egal aber ich will es nicht kostenlos machen das heißt ähm jetzt habe ich geschaut also für wenn ich weg macht dann ist es moderat das heißt das ist ausgeglichen wenn ich jetzt äh geld will dann ist es immer noch moderat und wenn ich jetzt noch mehr will dann ist es niedrig also das heißt das wird nicht passieren ähm aber ich will geld deswegen ok das ist ja natürlich sehr viel besser nicht angriffspakt ist eine pakt ähm wo man verspricht einen nicht anzugreifen das ist an sich äh nicht so fest wie ein schutzbündnis deswegen weiß ich nicht warum er jetzt hier das zahlen will und beim schutzbündnis nicht aber ich nehme es an weil geld brauchen wir auf jeden fall und später können wir den ägypter sehr gut als handels und der hat auch ein probleme hier deswegen habe ich ja zu gesagt edler tot wer ich muss die wieder umbinden das ist jetzt der krankheit minus 20 moral ich werde die giganten mal die 300 wenn ich sie mal keine ahnung ein neuer anführer spion ist wieder da next 2 ok das hat schon mal ein bisschen was gebracht also an sich bringt es nie wirklich viel aber es bringt ein bisschen was und das ist eben auch das was mir taugt ok also ein nerven was soll das heißen also das bringt in dem fall was das dass die spione dann eben erfahrungen sammeln können ich habe den jetzt hier hin getan damit falls er die stadt angreift das sieht man dann durch den gelben pfeil also hier wäre hier würde ich noch zur verstärkung kommen hier auch noch und hier nicht mehr also wenn ich hier jetzt gehen quasi angreift dann sehe ich die die stadt vor mir dann die garnitions armee dann die armee und dann vom rand aus Prozent kommt dann die armee hinzu gut das so zum gefecht noch weil ich will die stadt jetzt nicht verlieren weil ich schon ein bisschen ein ein kleines bisschen geld reingesteckt hat ok er hat sich ja gerade ein das gefällt mir gar nicht und makedonien hat peller verloren das ist heftig das ist heftig sauer forschung abgeschlossen hier verschleißt und die krankheit ist weg das ist sehr gut hier sieht man auch die pluspunkte vier runden brauche ich das ist ein bisschen viel ja mache ich noch mal und wieder verwundet ein bisschen nervig aber ok genau jetzt werde ich hier würden träger machen aber der war da stimmt hatte ich will nicht würden träger machen sondern ich will zuerst aber doch ein streiter kann ich schon machen gut dann will ich für einen träger machen streiter wo ist der das kostet noch zu viel hier den da will ich nehmen der streiter ist und der ist auch gut der ist auch gut der streiter ist an sich immer oder benutze ich immer um die eigene armee zu pushen also wie zum beispiel hier jetzt die gewonnen einheiten erfahrung zu erhöhen oder um schutz vor agenten zu geben ja aber wie wir weitermachen und das werden wir erst in der nächsten folge sehen jetzt ist er mit den einpunkten ist natürlich nervig vor allem weil da auch sehr viele pikniere hat sehr viele pikniere und also so ein belagerungs oder so ein feld lager hat drei eingänge und mit den 2467 pikniere hat er zwei pikniereinheiten pro eingang das reicht locker um lange auszuhalten und so ein lager hat noch vier türme und die machen enorm viel der mensch und deswegen werde ich hier ausharren bis beziehungsweise werde ich hier noch weitere einheiten rekrutieren genau damit ich eben hier in der stadt bleiben kann während die 300 apollonia angreifen gut also danke fürs zuschauen ich hoffe bis zum nächsten mal macht's gut bye bye bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal